Und jetzt hören wir ein Gedicht, das hat unsere Marie von den Freien Heidelbergern für Julian Assange gedichtet. Wieder eine Sache, die unter die Haut geht. Marie. Ja, hallo. Hallo. Das Gedicht heißt für Julian Assange. Hallo, du materialistische Welt. Na, merkst du langsam, wie es so ist, um dich bestellt? Bist du noch fähig, über dich zu reflektieren? Oder hast du etwa Angst, dabei dein Weltbild zu verlieren? Schaut ruhig her, in was für einer Welt wir leben. Einem Helden können wir nicht mal seine Freiheit geben. Wie soll ich so meinem Kind vermitteln? Lügen sind schlecht. Und war halt gut, während ihr missachtet unser Menschenrecht? Ja, ich weiß, die Anpassung ans System, die ist einfach sau bequem. Was soll man denn hier als Einzelner auch tun? Handeln ohne Sicherheit? Ohne Garantie? Nee, besser mal ruhen. Spende für den Krieg, tue deine Steuern zahlen. Hinzu noch deine Bürgerpflicht bei Wahlen. Oh ja. Das alles hat bestimmt ganz gewaltig Gewicht, wenn es dann kommt zu deinem Totengericht. Julien bin ich nie begegnet, hab ihn nie gesehen. Trotzdem fühl ich, unsere Herzen den Weg gemeinsam gehen. Ich wünsche mir, wir hätten mehr Männer wie dieser Art, die für Wahrheit und Freiheit einstehen, sei es auch noch so hart. Solange ich diese mehr nicht sehen kann, bleiben wir der Maschine untertan. Neben dem Geist und dem Körper, den du noch eine Seele hast. Denke an sie, bevor du die Gelegenheit verpasst. Dankeschön. Dankeschön.